Civilization VI erscheint am 21. Oktober. Der neuste Teil der Civilization-Reihe des Strategiespiel-Klassikers schlechthin. Dann heißt es wieder Urlaub nehmen, sich von Freunden und Familie verabschieden, Jalousien runterlassen und Tag und Nacht durchspielen. One more turn, immer noch eine Runde und noch eine Runde, bis man ein strahlendes Weltreich errichtet hat oder zumindest eine spannende und stilvoll inszenierte Niederlage genießen durfte. Die Civ-Entwickler sind bekannt dafür, dass sie ihre Reihe mit jedem neuen Teil immer ein Stück neu erfinden. Sie ruhen sich nicht auf ihrem Erfolgsrezept aus, sondern tüfteln immer weiter. Jedes Civ hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Charme. Und? Jedes Civ hat auch seinen eigenen Preis. Civ VI ist nicht billig, was ja auch im Prinzip okay ist, denn die Titel haben immer einen riesigen Wiederspielwert. Wenn man seine Brieftasche zückt, weiß man, dass man sich für sein Spiel viele Stunden, Tage, Wochen, Monate Spielspaß kauft. Trotzdem darf man sich als Spieler natürlich wünschen, dass man dafür nicht zu viel Geld ausgeben muss. Und das ist auch durchaus möglich. Ich habe in den letzten Tagen hart verhandelt, um für uns Civ-Fans eine Möglichkeit aufzutun, Civilization VI vergleichsweise preiswert zu bekommen. Und das habe ich schließlich auch geschafft. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Writing Bull. Eigentlich arbeite ich fürs Radio, aber ich habe in den letzten Jahren nebenbei den deutschen YouTube-Kanal aufgebaut, auf dem ihr aktuelle PC-Strategiespiele vorab sehen könnt. In Preview-Videoreihen mit Vorab-Versionen, die mir die Spielefirmen für euch geben. Diesen Kanal betreibe ich mittlerweile nicht mehr als Hobby, in den paar Stunden nach Feierabend, sondern beruflich. Anders würde das bei dem Zeitaufwand, der nötig ist, gar nicht funktionieren. Eine der Firmen, mit denen ich dabei zusammenarbeite, ist Games Planet. Das ist ein sogenannter Key-Händler. Das sind Firmen, die digitale Versionen von Spielen verkaufen. Meistens sind das Codes, die man dann bei Steam einlöst, um das Spiel von dort runterladen zu können. Und das weitaus preiswerter, als wenn man den Titel auf Steam direkt gekauft hätte. Auf dem Weltmarkt gibt es etliche solcher Key-Händler und die meisten sind unseriös. Es wird kein Problem sein, für Civilization VI irgendeinen Webshop mit Sitz in Übersee aufzutreiben, der bloß ein paar Euro für das Spiel verlangt. Damit geht hier allerdings ein ziemliches Risiko ein. Denn diese Shops verlangen in der Regel deshalb Schnäppchenpreise, weil sie die Gesetze verletzen. Sie verkaufen zum Beispiel Keys, die für Weltregionen mit niedrigem Preisniveau herausgegeben worden sind, in anderen Regionen, obwohl sie das nicht durften. Oder sie verkaufen gleich Keys, die durch Kreditkartenbetrug erworben wurden. Oder die Firmen verkaufen die Keys schwarz, ohne Steuern abzuführen. Was auch sehr häufig passiert, dass die Firmen das Geld zwar sofort kassieren, die Keys aber erst viel später ausliefern, erst lange nach dem Release. Und wenn man sich über irgendetwas beschwert, sollte man natürlich auch keinen vernünftigen Support erwarten. Natürlich könnt ihr Glück haben, natürlich kann alles gut gehen. Aber es kann genauso gut passieren, dass der Key gar nicht kommt oder viel zu spät oder das Team ihn nach einiger Zeit widersperrt. Die seriöse Alternative heißt Games Planet, eine europäische Firma mit deutschem Support und vor allem ein Unternehmen, das die Keys legal und offiziell direkt bei den Spielefirmen einkauft. Weil Games Planet das in großen Stückzahlen tut, kann das Unternehmen die Keys mit ordentlichen Rabatten weitergeben. Und in meinem Fall bei Civ VI sogar noch mit einem Extra-Rabatt. Bei Games Planet bekommt ihr bereits so schon Zvillization VI mit einem Rabatt von 20% gegenüber der offiziellen Preisempfehlung. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mit einem der Eigentümer von Games Planet lange verhandelt und ich habe schließlich ein Extra-Gutschein-Code für die deutschen Civ-Fans, für unsere Community bekommen. Der Gutschein-Code heißt BULLS-CYV-6. Dieser Gutschein gilt ab sofort und bis zum 3. Oktober, 24 Uhr. Das heißt bis etwa drei Wochen vor dem geplanten Release des Spiels. Dieser Gutschein legt auf den üblichen Games Planet-Rabatt von 20% auf Civ VI nochmal 5% Rabatt drauf. Das heißt, ihr bekommt das Spiel um insgesamt 25% billiger. Technisch läuft es über meine Shop-Links. Ihr findet sie auf YouTube direkt unterhalb dieses Videos in meinem Infotext. Es gibt zwei Shop-Links, für jede der beiden Verkaufsversionen einen. Durch Klick darauf kommt ihr auf die Games Planet-Produktseite zu Civilization VI. Dort legt ihr die gewünschte Civ-Version in den Warenkorb. Dann klickt ihr auf Gutschein einlösen und schreibt BULLS-CYV-6 in das Feld für den Gutschein. Guckt euch dann nochmal alles in Ruhe an und überlegt euch, ob ihr den Kauf abschließen wollt. Dieser Gutschein funktioniert nur über meine Shop-Links zu Games Planet. Und das aus einem guten Grund. Ich habe nämlich für euren Extra-Gutschein in meine eigene Tasche gegriffen. Der übliche 20% Rabatt ist für Games Planet schon sehr knapp kalkuliert. Ein Zusatzrabatt rechnet sich für die Firma eigentlich gar nicht. Ich habe mit Games Planet so lange verhandelt, bis wir einen Kompromiss gefunden haben. Für die zusätzlichen 5% Rabatt verzichtet Games Planet auf einen Teil des eigenen Gewinns. Und ich verzichte auf einen Teil meiner Provision. Das heißt, ich verdiene bei einem Verkauf weniger als sonst. Ich reiche also quasi einen Teil meines Verdienstes an euch weiter, damit ihr das Spiel preiswetter bekommt. Natürlich hoffe ich dabei, dass mein Verlust dadurch wettgemacht wird, dass mehr Leute das Spiel kaufen als sonst, weil das Spiel jetzt noch weniger kostet. Aber ob das klappt, das ist völlig ungewiss. Sicher ist bloß, dass ich erstmal weniger verdiene. Dass ich mich auf dieses wirtschaftliche Risiko einlasse, könnt ihr sehr gerne als ein Dankeschön verstehen. Ich konnte dank euch mein Hobby zum Beruf machen. Ich habe als YouTuber zwar unmögliche Arbeitszeiten und pro Arbeitsstunde umgerechnet, verdiene ich auch nicht gerade viel. Aber es macht mir einen Heidenspaß. Und ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Würdet ihr nicht meine Videos schauen, könnte ich nicht damit meinen Lebensunterhalt bestreiten. Wie der Gutscheincode lautet, konnte ich mir selber aussuchen. Ich hätte statt Bulls Civ 6 genauso gut schreiben können. Danke. Ansonsten seid ihr natürlich sehr herzlich eingeladen, euch die Wartezeit auf Civ 6 damit zu vertreiben, dass ihr meine Preview-Videos schaut, bei meinen Preview-Livestreams dabei seid, bei meinen Community-Events teilnehmt, die ich gemeinsam mit Publisher 2K Games organisiere. Ich werde euch in enger Zusammenarbeit mit der Spielefirma in den kommenden Wochen und Monaten das volle Wir-Warten-auf-Civ-6-Erlebnis bescheren. Ich werde Civilization 6 früher zeigen und ausführlicher als jeder andere YouTuber in Deutschland. Viel Vergnügen dabei. Wir sehen uns bei Writing Bull.